immer diese polenten so wenn ihr in eurer stadt schlaue leute haben wollt ganz einfach ihr baut einfach eure grundschule weiter ab und noch ein gymnasium oder die bauter gymnasium aus schon gehen die schüler freiwillig aufs gymnasium und das bildungslevel steigt unterricht für 0 sims in meinem gymnasium erwerblich mehr als nur erwerblich was macht meine hohe aber meine allgemeine hochschule hat gestern 400 unterrichtet was macht meine grundschule wo es ist so viel platz auf jeden Fall er wird noch heute hier wochen 50 auch mein 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 ding beginnt ja es läuft die sportveranstaltung die wird gut kohle abwerfen 1400 sims auf besuch ich glaub's ja gar nicht 8 grüne neune user in your channel timed out user entered your channel und bb ich liess hier gerade wie viele jobs nicht besetzt sind 11.834 auf besuch viele leute so mit komiker ich besetze jobs die wir sind bis 400 das ist wir werden immer mehr nein warte mal 1300 ne ist von weniger gott sei dank obdachlose 6 mhm arbeitslose 0 unzufrieden 22 ok ach 0 sehr schön pendler nach außerhalb ach so auch so schüler und so nehm mal an arbeiter mit werden da auch noch mit zählen pendler ja 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 ich hab das gerade hier sehen pendler nach außerhalb null stück äh keiner aber ich hab bei schülerinnen und schüler geguckt unser unternehmen brennt und ja das hat wieder dieses grüne feuer das bedeutet es wird bald wieder in die luft fliegen wegen chemieunfall achso achso na das macht auch spaß ja wird abgerissen dann sobald es fertig ist jetzt baue ich überall mal so weit es geht mehr leute hin also wenn man das natürlich so nennen könnte weil industrie ist nicht so viel ich glaube die gehen alle trüben in meiner großen stadt arbeiten gut nehmen der müllhalde holen wohnen würde ich auch nicht wollen ja deswegen muss user enter bb wollte gerade sagen deswegen braucht man das ts dann auch nicht verlassen ja hat es jetzt einfach gereicht ist schluss jetzt ok ja ruhig sag kein ton mehr ab jetzt bin ich schnell wuchsmäuschen ne den park will ich noch lassen so na so veranstaltung plan was haben wir hier das war nicht geplant ach gott jetzt müssen wir noch einen tag warten haben wir eine veranstaltung geplant ist na gut weil du es kannst ja ich freue mich bloß was man hier jetzt noch so machen kann ja exzellente frage auf jeden fall ist ja außerhalb meiner stadt ordentlich stau auf der autobahn so gehört sich so gehört sich das ist wenn ich jetzt eigentlich hier mal so kann ich gar nicht mehr gar nicht mehr ich wollte mir die stadt vor einer autobahn trennen mal gucken was passiert das war falsch das habe ich früher bei sieben park gemacht ich glaube sogar dem einser einfach mal die verbindung nach draußen gesperrt lustig mehr busse was will er jetzt user in your channel time down das geht nicht geht nicht das geht nicht ja wir kommen hier nicht weiter raus bin der meinung in der anderen stadt war das möglich vermieden sich jetzt nicht das weiß ich auch nicht so okay dann halt so vielleicht naja wir kommen gleich in einer anderen stadt nochmal vorbei aber die andere stadt ist auch so bergmäßig vielleicht liegt so daran dass ich dann die stadt sehe und graden die die gebäude auf wenn das grundstück gebäude iso maus immer noch eins ich finde es nicht nach der veranstaltung jetzt schon mal weg warte so wir haben schon 15 uhr bürgermeister will die setzen war am besten in die nähe von der müllhalde nein da kann ich doch was anbauen an die villa ja oh lol ach du grüne neune user in your channel time down hm hm user entered your channel hey baby wenn sie erstatt fallen was sie haben nur eine feuerwaffe aus scheiße ach du scheiße ach du scheiße so ja ja er hat die erleuchtung ja 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 jetzt muss ich meine sympathie werte erstmal eine zeitlang auf gewissen bereich lassen halten dann kann ich meine bürgermeister villa ausbauen ausbauen naja das geht ja eigentlich fix ok wo ist man sympathie wäre ich will es gar nicht ah ja feuerwehr oh die veranstaltung oh die veranstaltung oh die veranstaltung muss nicht brennt man sich ruhig also hingehen ok ja das wäre es wenn das Outgame wäre nicht man das so im real life Outgame ja ja wir brauchen eine weitere Straßenbahn bla 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 so dann würde ich sagen Kraiten wir ein paar Straßen da hab die da die da so User in deinem Kanal ist wieder mal ein schlimmer Tag die ich gerade merke dann fahren wir da lang ich möchte so ein bisschen ähm User enter your channel ne ne schlimm auf einmal komplett mehr ja ich hab's grad gesagt heute ist wieder mal ein etwas schlimmerer Tag so wenn ich hier nämlich ähm Arbeit mit dem Kopf mach da passt das jetzt gerade nicht so gut dass du da und weg bist so naja ich rede ja sowieso nicht so viel ich bin einfach ein schweigsamer Mensch ja richtig genau so ne also wenn du jetzt nicht da bist dann rede ich schon ein bisschen mehr aber wenn du da bist dann hör ich dir einfach zu und so ja passt du machst es dir also bequem so ist das nee 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 das geht natürlich mal gar nicht ne so ja gut jetzt hab ich's verraten jetzt ist vorbei das genau das wollte ich grad sagen das so ein Plan geht nur so lange gut ehe man merkt dass man dann Straßenabschnitt vergessen hat abzugraben das geht Gott sei Dank hier drin auch so genau der sagt jetzt war Wasser Wasserreserven erschöpft aber wir haben gegenüber eine Kläranlage also von daher äh ist das überhaupt kein Problem na dann ich mach nämlich jetzt so einen gezwungenen Straßenverlauf für meine Straßenbahn das ist einigermaßen gut aussieht Straßenbahn fährt trotz allem so wie sie will der Plan ist nicht aufgegangen User in your channel timed out und die durchschnittliche Wart User entered your channel Bibi das ist ja das kommt ja wir kommen jetzt auf einmal und dann konnektieren was heute davor die halbe Stunde hat es doch funktioniert ja irgendwas machst du so jetzt ist meine Maus auch noch langsam ach Helbert so super jetzt spinnt meine Maus wieder rum oh oh heute ist der Wurm drin oh mein Gott so also man kann ja die Logitech Maus auf drei Stufen verstellen entweder ganz langsam mittel oder schnell und bei mir geht jetzt bloß langsam oder schnell okay oh oh geil ein Chemiebrand na gut und ich komme mit der wow das ist geil ein was ein Chemiebrand ah okay jetzt ja okay ich bin heute ein bisschen langsam ja was ach Gott ich kann mich nicht entscheiden ob langsam oder schnell was ist das für eine grauenhafte Musik im Hintergrund ich drehe heute noch total durch ich meine es soll mich jetzt nicht stören du Musik ist in Ordnung aber ähm naja nicht ganz so mein Fall äh Chess nee ist kein Chess ähm Soul ähm ach was auch immer ihr dürftet mich gerne belehren was das für eine Musikrichtung ist so und den TS gleich hinterher eh ach 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 nicht witzig naja ähm ähm tisch wischen um da irgendwie was zu machen ja so zu schnell dann stößt du so schnell an die ecken verschiebt gleich bei der anderen sache wo ich aufnehmen da habe ich ja auch meine schöne kinder maus selbst wenn ich dort auf langsam die scroll geschwindigkeit habe ja das ist zu schnell für das spiel und dann bricht es immer wieder ab aber ich kenne dieses problem mit dieser geschwindigkeit der maus bis sie mal richtig eingestellt ist ich finde da eigentlich nie den weg was ist da gibt es ja auch die einstellung oder die einstellungen helligkeit audio gameplay voll funktion